. 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 Jetzt hier Set von Youssef gegen Quick. Mal gucken ob Youssef irgendwas adjusten kann, weil das letzte Set hat Quick gewonnen, wie normalerweise. So, hier ist ein großes Kabel. Warte, ich mach mal den Mobitz Classic. Nächster kommt uns zu hören. Hoffentlich hört man uns. Okay. Franziges Sledge Trapping von Samus, weil Sledge Trapping ist so schlimm. Okay, jetzt ein bisschen Action. Ich hab gerade erfahren, dass hier kein Commentary war bisher. Ja, die saßen hier alle, haben nicht kommentiert. Ich hab gedacht, die Neulinge, die kommentieren die direkt, aber ne. Haben sich nur den Platz gegönnt auf dem Sofa. Mit dem richtig fetten Fernseher. Und jetzt... Ja, 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 ja. Okay. Kombo, aber das ist kein Kill. Nee, da war nicht die richtige Position für den Forder. Aber Damage ist es trotzdem, und zwar Damage für die Blöde. Even nicht. Er ist jetzt in Leeds ohne bessere Position. Mhm, also gerade hält er sich gut im Advantage, jetzt ist der Quick rausgekommen. Gerade hat er sofort wieder zurückgeholt, aber diesmal nicht. So, mein Ball ist nicht da? Mhm. Nein. Das war knapp, beinah. Beinah hat er, hat Quick dann den Glitch Trap erfolgreich gehabt und den Kill geholt, aber er hat wieder ne Chance. Joseph ist erfahren, da rumzukommen, aber es ist immer noch ein verdammt guter Quick Left Trap. Was ich halt immer mache, ich lasse mich von der Bombe mit Absicht hinten, dann gehe ich einfach runter, fertig. Ja, das, äh, das hin und wieder funktioniert das. Oh, das war eine. Wie vor der. Da ist er ein bisschen zurückgedriftet am Ende, aber das hat nicht gereicht. Ja, mit dem Absicht von der Bombe hinten lassen, das funktioniert hin und wieder, aber wenn ich gegen Quickspiele, dann funktioniert das nie. Weil jedes Mal weiß gefühlt, wenn ich davon getroffen werde. Schlimm. Und dann ist er noch ne Bombe. Das heißt, du hast nur ein paar Prozent mehr Damage. Oh, jetzt eine Samus-Kombo, 70%. Ja, Samus ist halt so ein Combo-Charakter. Das ist halt leider echt so, wenn ein Charge-Shot dich bei Null trifft und du den Grand passierst. Ja, mindestens. Da haut er das Movement raus, aber Joseph, komplett unberührt, steht einfach rum. Ich mein, Banshee hat er sich nichts draus geholt, aber... Aber es ist Mario, Mario kann immer noch viel killen. Richtig. Abwehr, 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 fertig. Oh, da ist ein sehr gutes Abwehr. Da ist er sofort noch wieder ne gegangen. Mann, das wäre noch ne Abwehr und dann Abwehr gewesen. Ne, noch ne Abwehr und Downwehr, denke ich. Ich denke, das wäre sogar True gewesen. Ich weiß nicht, warum er es nicht getan hat. Ja. Ich wäre sogar für die Abwehr gegangen. Aber er weiß wahrscheinlich mehr. Weil er hatte Rage, das heißt, er könnte reintritt für die Abwehr gehen. Ja, aber Abwehr ist schwerer zu treffen als die Downwehr, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht genau, aber Yusef mag es auf jeden Fall nicht für die Abwehr da oben zu gehen. Ja. Das macht er fast nie. Und er geht auf den Kill eigentlich immer mit der Downer. Jetzt cheese, jump! Oh! Oh, du hast es gewusst! Aber Yusef nicht! Noob! Last Hit deshalb. Er hat das Lanning nicht mal wirklich gekamert. Er hat den Charizard rausgehauen in die falsche Richtung und dann aufgegeben. Ja! Wir spielen gerade so ein bisschen eine neue... Oh, das war knapp! Oh, das ist so knapp! Jede Hitbox wurde von Yusef einfach ganz knapp umgangen. Oh, kein Sweetspot. Und jetzt ist Quick im Disadvantage. Wäre die Backend Sweetspot gewesen, dann hätte Yusef nicht gehen. Das ist der Kill. Das ist der Kill. Ey, Yusef hat Spaß! Oha! Ne, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Er hat gerade gelacht. Ne, man kann keinen Spaß gegen Samus haben. Hast du jemals gegen jemanden gespielt und der hat dann Spaß gehabt? Ne. Das ist das Leben eines Samus-Mains. Yusef hatte vielleicht Spaß. Oder er muss einfach lachen, weil er so traurig war und einfach heulen musste. Muss schnell verstecken, dass er ja eigentlich am einen ist. Er kann mit den Emotionen nichts mehr anfangen. Okay. Aber ich denke, das Matchup werden wir jetzt bis zum Ende sehen. Ja. Mario, Samus. Ich sehe keinen Grund, warum einer von denen wechseln will. Weil Quick will auf jeden Fall ernst spielen und sich vorbereiten auf nächste Woche, wo er in der Schweiz auf dem Invitational ist. Warum? Ähm, gegen mich hat er trotzdem Paolo gepickt, der Arsch. Aber auch nur ein Game hat er gewonnen. Aber Yusef, ich habe vorhin kurz seinen Schulk gesehen. Es nervt mich so hart gegen Fözel. Yusef spielt alles. Er spielt Schulk, Yoshi hat er auch noch, seine Paolo, seine Samus. Ja, das ist die Sache, die meisten Charaktere von denen hat er einfach gar nicht. Die pickt er einfach und es funktioniert. Er soll einfach mal Mario spielen. Ja, aber da hat er sich auch für entschieden, dass er jetzt richtig Mario spielt. Sein Schulk wurde auch kaputt gemacht von Fözel. Zum Glück. Ja. Der Junge soll es endlich mal lernen. Äh, und ich meine, dass er es lernen sollte, nicht andere Charaktere zu spielen, sieht man daran, dass er hier komplett gegen Quick geht. Ich meine, das kennen wir ja schon, das sieht man. Ich verfolge jetzt die Smash & Sips und so weiter nicht so oft in letzter Zeit. Aber soweit ich weiß, hat Yuu es immer ziemlich gut raus gegen Quick. Yusef generell einer der besseren Spieler gegen Quick. Ja, also dafür, dass Quick auf so einem Level ist, der eigentlich so, wenn man sich Results anguckt, wenn man sich Losts und so weiter anguckt, dann ist Yusef noch lang nicht auf einem Level wie Quick. Ja. Aber wenn sie gegeneinander spielen, dann ist er einfach ein anderer Mensch. Ja, und Yusef hat auch schon Set-Wins gegen Quick. Ja, genau. Also auch richtig gute Set-Wins. Und man sich denkt, wow, Quick spielt gerade auf seiner Höhe und Yuu schafft es trotzdem. Wäre das jetzt der Kill gewesen? Das wäre so witzig. Das wäre echt lustig gewesen, aber auch echt traurig. Fair. Aber die Air-Exception von Samus ist ziemlich gut, deshalb ist er ein bisschen sehr schwierig mit der Darmly von Mario. Lead behält er weiter, der Stock ist noch nicht weg und er haut eine Kombo nach der anderen raus. Der Merch. Oh! Und der Erfortsmash! Okay. Mit dem Leanback! Yusef, Yusef! Mit der Nuschae ausgewichen. Krank. Also ich meine, ich hasse es unglaublich, wenn mir das passiert. Aber es ist high bei meinem Team. Fluch jedes Mal, aber... Quick darf das passieren, weil der ist gut. Da darf man das gegen machen. Hoffen wir mal, dass Yusef das ausmacht. Oh, kein gutes Tier auf den Nuschae, glaube ich. Aber es hat trotzdem nicht gekillt. Oh ja, sehr schöner Parry. Das macht Yusef in der Zeit öfter. Der will immer für die Falling-Up-Ergehen dann eine Fair drücken. Ja, aber das hat die Quick auch gesehen, dass da Yusef ein bisschen zu viel rumspielt. Und dann einen Short-Up gemacht hat, um hoffentlich sowas wie einen Spotdunsch auszubeten. Weil... Oder irgendeine defensive Option, eine Rolle vielleicht. Man sieht grad... Yusef... Yusef ist grad ein bisschen wackelig. Er hat auch wieder seine Stützräder. Einfach langsam spielen. Schon wieder der wunderschöne Parry. Okay, diesmal sogar mitten in der Action. Kurz sieht er, dass er shielden kann und dass noch eine Hitbox rauskommt. Und dann kommt der Parry. Quick lässt auf gar keinen Fall mit sich spielen. Wo ist das der Kill? Ne, er hat nicht noch eine Abwehr-Downer gemacht. Weiß ich nicht, ob es True gewesen wäre diesmal. Ja. Jetzt die Frage, wie holt er den Kill? Ja, beide. Pfff, das wäre der Kill gewesen. Beinahe. Für Quick. Quick macht wahrscheinlich wieder den Quick und irgendwie killt der. Und dann levelt er auf und dann ist es vorbei. Das ist der Kill. Ja, mit der Rage killt das eindeutig. Und jetzt... Intens. Jetzt wird... Oh, ich hätte gedacht, dass Quick sich jetzt sehr hart zurückhalten wird. Oh, roll. Oh, da fängt es an, da fängt es an. 20% bisher nur. Und ne... Crap. Das wäre es gewesen. Upsmelt. Ja. Oh, da ist es. Upsmelt. Landing gecovert. Einmal gesehen. Oh, du bist im Full-Up reingesprungen. Du könntest auf der Plattform landen, aber nein. Gut gemacht, Youssef. Und da steht's 1-1. So schnell geht's. Eigentlich... Soll Quick mal bitte schnell gewinnen jetzt 3-1, weil... Jetzt kam Essen an. Ich will jetzt eigentlich essen. Oder... Ja, ne, Schwachsinn. Hm? Darfst nicht essen. Hm? Ja, ihr habt davor auch gar nicht kommentiert. Mss. Das stimmt nicht. Ich habe auch nicht mit dir geredet. Foxy. Das ist... Samy. Ah, okay, also habt ihr es nicht kommentiert. Oder? Sehr gut. Haben wir das kommentiert? Ich glaube, wir nicht. Wir haben Dede gegen Ted Dizzle. Mhm. Was dauert da so lange? Ich weiß es nicht. Oder... Oder ist jemand einfach zu faul die Dings umzuschalten und jetzt sind wir hier gefangen. Das wär's jetzt. Läuft schon. Quick hat ihr erstes YouTube-Dev gemacht. Achso. Juh, dauert bisschen länger. Ja. Ja. Ah, na also. Bisschen Zeit gelassen. Was ist O? Anderer Skin oder wie? Ja. Ja, eben grad mit dem anderen Skin hat's so gut funktioniert, da muss er jetzt wechseln. Hat mich gehört und hat gedacht, ja okay, der Sammy hat Hunger. Biss. Was? Das weiß ich. Deshalb beschwere ich mich auch on-stream darüber, dass ich jetzt nicht essen kann, weil ich den kommentiere. Ich hoffe, dass alle Leute mich besonders toll dessen. So ein guter Mensch, warte, bis dein Essen kalt wird. Ja. Für euch wird mein Essen kalt. Für die... Für die Zuschauer sind das wahrscheinlich drei, vier Stück. Was? Ey, vorhin waren ganz 20 da. Ah. Heute gut besucht. Ich glaub, irgendwie heute hat niemand was zu tun. Ist ja auch ein gut besuchtes, äh... Mhm. Also... Gut besucht wäre, wenn's voll wäre. Wenn die Leute auf der Warnliste wären. Aber die letzten Wochen waren, glaub ich, echt traurig. Ja. Erstmal den Leuten aus dem Turnier... Im Turnier in der Location sagen, Yo, öffnet alle den Stream, damit's aussieht, als wären wir voll beliebt. Okay, Foxy, findest du das ne gute Idee? So ein Mensch ist der also? Ja, das macht diese... Okay, Match kommentieren. Even. Komplett. Als hätt's grad angefangen. Wer ist Match 4 mit zwei Stocks? Oh. Da war ein bisschen zu viel, wollte er da. Bei 20, 30 Prozent. Apropos Match 4, so ein Rentner bin ich nicht. Die letzte Generation des Spiels. Oh, diese alten Leute, die alle schon zum Beispiel 4 gespielt haben. Ey, überras... Ich hab Brawl und Smash 4 gehabt, aber ich hab's ja nicht richtig kompetent gespielt. Ging mir aber auch so. Ich hatte Brawl... äh... Brawl gekauft, aber da war's zum Beispiel schon draußen. Oh, da hat die Vorder... Sorry fürs Schreien, das kam jetzt nicht so scheinlich. Aber... Das hätte er 100 Prozent airdudgen können, aber einfach nicht damit gerechnet. Marcel hat geschlaft. Ja. Ich kann ja verstehen gegen Yusef. Ja. Ist langweilig. Aber ja, das... Was ein Lead. Was ein Lead jetzt. Die Combo fängt an. Okay. Jump. Ja. Komm. Es sitzen auch gerade nur Leute, um uns von wie... Nichts anderes wollen, als uns abzufangen. Ich kann... Sei leise. Guck dir das Match an. Es war gerade richtig intensiv. Yusef hat fast was gemacht. Oh, okay. Yusef hat fast was gemacht. Vielleicht macht er gleich noch was. Oder vielleicht macht er wieder fast noch was. Guck mal, er macht grad was. Siehste, da wäre Abi gewesen, aber er hat's nicht gemacht. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Wollte er den Upsmash wieder haben. Yusuf sollte ehrlich öfter Abbi drücken. So viele Situationen wäre so hilfreich. Denkt man. Kein Kill? War ein bisschen zu weit aufgeladen, der Charge Shot? Jetzt ein Upsmash und... Oh, er will's unbedingt haben. Das geht nicht ganz. 120, 25 Prozent. Und das ist das Ende. Mit dem Backkick. Quick rasiert eigentlich immer. Ja, ich... Ganz einfach nur Mathematik. Man kann auch einfach zu Moritz gehen und sagen, einmal gegen Quick, das Übliche. Es passiert schon zu oft, dass man... Man denkt, man hat noch Hoffnung gegen irgendeinen sehr guten Spieler. Boah, ich kann was reißen. Und dann wird man gefickt. Das passiert zu oft. Aber in dem Matchup ist es nicht so. Weil Yusuf ja auch weitergehend gegen Quick generasiert. Da haben wir gerade kurz gesehen, wie die Player-Camp sich gespiegelt hat. Damit die Spieler auf der richtigen Seite sind. Ja, aber du hast tatsächlich recht, das fühlt sich heftig an gegen krasse Spieler, die ein bisschen locker machen. Am Anfang noch. Marcel nimmt die Sache, denke ich, schon sehr ernst. Ja, heute. Wie gesagt, er macht das als Vorbereitung. Das hat er mir kurz bevor das Turnier angefangen hat, hat er mir gesagt. Ja, heute... Heute will er gewinnen, als er seinen Räucherlachs gegessen hat, mal wieder. Also wenn ihr jemals Quick seht, wie er Räucherlachs isst, dann wisst ihr, heute habt ihr keine Chance. Dann gewinnt der Dokumi. Ja, richtig. Uh, das hat nicht ganz gekillt ohne Rage. Der Marcel sitzt immer so. So spielt der. Wenn er das macht... Wie, wieso? Der hat gerade die Standard-Gamer-Pose, schau es dir mal an. Er sitzt immer so. Nein, nein, der hat schon die Ellenbogen auf den Knien wendern, oder? Ja, ja. So. Ja. Gamer-Pose, Heiden. Ja, richtig. Wenn Quick ernst macht, er geht immer heute noch. Es ist auch gut, dass wir immer auf euch antworten, während man euch gar nicht hört onstream. Das sind die Real-Life-Viewer. Die Real-Life-Viewer. Nein, das sind die Stimmten in so einem Kopf. Das sind die alle Psychopathen. Hey, Quick gewinnt. Quick ist am Gewinnen, aber er hat High Percent. Das kann sich ja wieder umdrehen. Das... Jetzt wird's ein bisschen schwieriger, umzudrehen. Downair. Oh, heilige Scheiße! Und nochmal! Nein, er will einfach nur ihn nicht retten. Oh... Ich hab... Samus Classics. Samus Classics? Ich hab jetzt zugehört. Ich hab die Hälfte... Nur das Ende mitbekommen. Plötzlich hat er irgendwas geschaffen und dann war Downair. Irgendwie Backair, dann Downair. Tod. Die ganze ist so abgelenkt hier. 2-2. 2-2. Aber... 2-2. 2-2. Das heißt... Wenn Youssef jetzt gewinnt, dann muss er nochmal 3 Games gewinnen, um das Turnier zu holen. Ah ja, mal schauen, ob sie sich jetzt wieder so viel Zeit lassen, weil... Irgendwie wirkt's gerade so, als würden sie nicht einfach weiter drücken. Irgendwie wird's reset dann zurück, wenn es geht. Jo. Wer jemand switcht? Wer? Ich werd erst auf wütend. Ah, Lute. Alter, das wär hart jetzt. Das wär ranzig. Das wär extrem ranzig. Wenn Youssef jetzt switcht, das wär einfach dumm. Das macht er auch nicht. Ja. Dann ist... Das macht er doch nicht. Nein, nicht gegen Quick. Der Youssef doch nicht. Nicht gegen Quick. Nicht nachdem er 2-2 steht gegen seine Samus. Macht er nicht. Es sei denn, Marcel sagt jetzt... Ja, ich wechsle jetzt auf Paul und dann sagt sie... Ich auch. Wenn die das machen... Wo sind meine Mandeln, die können die mir in den Kopf werfen? Wenn jetzt Youssef wechselt, dann hau ich den, weil er scheiße baut. Ich weiß es nicht. Ich will's nicht wissen. Ich glaub, wenn ich's vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht hingesetzt. Moritz war so das Mensch. Oh nein. Oh nein. Okay, los geht's. Okay, da geht's weiter. Kein Switch. Kein Switch. Ja, schon wieder Skillwechsel. 3, 2, 1... Der hat einen Helm auf, tatsächlich. Wusstest du schon, dass der Mario, der nicht Bauarbeiter Mario, der hat einen Hut auf. Wusstest du, Samus hat einen Anzug an? Und eine Münze. Da ist sogar ein M drauf. Ja, von dem Anzug... Samus ist eigentlich eine Frau? Oh mein Gott. Ja. Ich wüsste nicht, dass es zwei Samus gibt. Einmal Samus im Anzug, die eine Frau ist, und auch Sie, sozusagen. Wusstest du, Diddy Kong ist gar nicht Shonky Kongs Sohn. Puh. Ist das echt sein Neffe? Ja. Das Game ist schon deutlich langsamer als die anderen bisher. Also wir haben immer noch keinen Stock weg. Aber es ist Eden. Und es sind jetzt fast anderthalb Minuten rum. Aber jeden Moment könnte was passieren. Ich mein, halb Prozent haben sie beide. Aber wenn es so weiter geht, kann es Richtung Time-Up gehen. Wobei die beide normalerweise nicht kämpfen. Da ist der erste Stock. Da ist Jump Coverage von Quick, von Samus, mit der Forwarder ist soo unglaublich gut. Jetzt hört mal auf, euch um uns rum über Affen zu unterhalten, wenn wir grad eine Z kommentieren wollen. Affen sind krass. Kill von Yousef. Schnauze! Guck mal, diese kleinen Affen, die so hin und her springen, sind so krass. Ja! Weißt du, was grad in euren allen Kopfen passiert? Ist dieser Affe, der die Dinger zusammen klatscht. Ding, 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 ding. Guck mal, gibt es ein anderes Tier, was Affen, die ihre Hände so geschickt benutzen können? Guck mal, gibt es ein anderes Tier, Ja, stimmt. Aber Affen werden einfach kacke auf andere Leute. Stimmt. Hier, das ist jetzt erstes Turnier hier, Leute. Das ist kein Loke mit 20 Leuten. Ihr müsst ganz commentary gemacht werden. Ja, Grand Finals! Wuuu! Yousef gewinnt. Nein, wissen wir nicht. Okay, Leute, jetzt bitte. Wenn jetzt irgendjemand einen Kill holt, dann müssen sie alle so richtig ausrasten. Du bist wie so Affen schreien. Es wäre gerade ein größtes Turnier der Welt. Und Grand Finals, was? Wenn es siehst, müsst ihr alle richtig laut. Oh, nein! Okay, perfekt. Okay, jetzt ernst commentary. Okay, unglaublich. Abi killt fast, beinahe. Schon wieder fast der Kill. Das wird knapp für Yousef. Wenn er dieses Game verliert, ist das Turnier vorbei. Vorwärter Kick, nicht ganz. Nicht ganz. Yousef will die Vorwärter. Die Vorwärter Kick. Nein! Ein Stock, ein Stock fehlt noch. Dann hat Quick das Turnier gewonnen. Beinahe so kurz steht er vor dem Sieg von Sodasmashlight. Aber Yousef kann das noch umdrehen. 60% auf Quick bisher, aber Darmstadt, Ostdorfer Platz. Limon Launch 64b. Nein, 56b. Nein, 57b. Quick hat es in Wunsch und Quick hat er noch einen Jump. Er hat keinen Jump mehr. Das sollte der Kill sein. Kommt ganz knapp um die Vorder und die Bomme rum. Aber Quick lässt nicht locker. Er lässt nicht locker. Beinahe der Kill. Wenn jemand den Kill holt, du musst einfach nur rumschreien. Guck mal, Yousef muss richtig raus sein, um mir jetzt das Game noch zu holen. Greedy Forward Smash! Greedy Forward Smash! Beinahe! Oh Gott! Raw Grab von Yousef. Er holt sich ein paar Prozent wieder. Das könnte gleich der Kill sein, aber trotzdem 122 Prozent. Das muss er erstmal zurückholen. Da fehlt noch ein ganzer Stock. Jetzt hört alle auf zu kommen. OOOOOOOOH! OOOOOOOOH! Quick gewinnt! Toter Smash! Quick holt das Ding! In der Hamstatt! Ein unglaubliches Set 3 zu 2. Quick hat das gewinnt! What a reset!